Hyundai stellt in Genf ein komplett neues Fahrzeug mit überraschender Technik vor. Mit dem IONIQ ein völlig neues Fahrzeug von Hyundai, aber auch ungewöhnlich ein Fahrzeug, drei Antriebsstränge. Genau, das ist eine Weltpremiere, dass ein Fahrzeug mit drei elektrifizierten Antrieben kommt. Wir haben schon die technischen Daten vielleicht nur zur Batterietechnik und zum Speichervolumen. Kann man folgendes sagen, der Hybrid hat ein Speichervolumen von 1,56 Kilowattstunden, der Plug-in-Hybrid hat 8,9 Kilowattstunden und der rein elektrische 28 Kilowattstunden und die Reichweite des Plug-in-Hybrids ist also für die rein elektrische Fahrweise 50 Kilometer und beim reinen Elektroauto sprechen wir von fast 250 Kilometer Reichweite.